Hey! Hey! Ich hab' Sie gar nicht gesehen! Würden Sie mir bitte zu meinem Wagen helfen? Sie können aber so nicht fahren. Legen Sie sie hinten auf die Ladefläche. Hey! Wollen Sie nicht wenigstens zum Abendessen bleiben? Ich mache Ihnen Abendessen, ja? Also, er ist 13! Mom! Wer zur Hölle kann denn heute noch so leben? Sind das hier die Sechziger? Du trägst alles mit dir herum? Wie eine Schildkröte? Hm. Mein Mann hat mir gerade gesagt, wenn ich am Montag nicht nach New York komme und das Scheidungsverfahren stoppe, klagt er auf das alleinige Sorgerecht für Leah. Er wird sie nicht wegnehmen. Er hat Geld. Seine ganze Familie. Er hat doch schon diesen Anwalt. Das ist Liebe. Hast du dich nie gefragt, was dich an diesem Punkt geführt hat? Nein. Ich denke mir jeden Tag, wo will ich als nächstes hin? Und wie komme ich da hin? Das ist Liebe. Jackie! Weißt du eigentlich, was du tust? Schätze, das werden wir sehen. Bis zum nächsten Mal.